So Leute, jetzt. Ich habe es im Geföhl. Da kommt es. Den Echo kauf ich manchmal P250 oder die... Da ist es. Was? Was hat denn jetzt? M4A1S Spieler 2? Ja, ich habe einfach eine rote M4 gerade gezogen. Nice. Ich klatsche mal. Alter, what the fuck, ey. Haben wir dann auch noch auf Video? Ja. Ich klatsche. Doppelt nice. Da klatsche ich mal für dich, ey. Ich meine, meine finde ich halt geil, aber die benutze ich jetzt. Also da sind so alle... Peter, das ist genau für dich. Da ist so Alamy-Kram drauf. Der Gefähr! Oh, du musst mir mal meine kaufen. Was sieht die denn aus? Ich möchte sie sehen. Kauf sie, kauf sie, kauf sie, kauf sie, kauf sie. Äh, ja wir sind Tee, Peter. Das wird schwierig. Okay, dann schnell die ganze Zeit am Anfang immer hier raus springen. So. Na, na. Hörte sich an, als wenn sich irgendwer verbrannt hätte oder sowas. In welcher Case ist die denn drin, Christian? Prisma 2. Prisma 2 hab ich. Und so beginnt das Glücksspiel. Wo waren die? Ich hab jetzt ganz geklatscht. Ich geh wieder außen hier mit Peter die Treppe, ne? Ja, hab ich ja jetzt. Ich klatsche auch nochmal. Oh Gott. Ja, und... Ja, wir... Hallo! Leute! Hallo! Was geht? Wir haben ja CS und alles mitbekommen. Christian hat richtig geilen Scheiß gezogen. Ähm... Ja, und Sepp dachte daraufhin jetzt investiert auch mal Geld um die aufzuziehen. Sind wir so defensiv, wie wir das manchmal hatten, dass wir uns hier im Büro verstecken? Ich geh komplett defensiv. Ja klar. Ich geh auch defensiv. Ja, Peter, dann bin ich weiter hinten. Hm. Einer ist lang. Mal geht links einer gucken. Hat doch orange, ne? Einer ist auf. Okay. Alter, der hat mir direkt eine Hände gegeben. Oder... Okay, ihr guckt zu zweit die Treppe runter. Dann guck ich mal lieber hier. Nein, nein, nein. Ich wollte hier nur lang laufen. Achso. Aber ich hab den Weg gemacht beim Run by Run. Ich hör ja auch einen laufen, by the way. Schade. Mitte noch. Jetzt bin ich tot. Büro hat mich gemacht. Was? Was heißt denn Büro, Leute? Als ob ich Büro gemacht hab. Wie geil ist das denn? Der Quarterback von den Vanguards. Warte, aber das heißt, wir sind nur noch zu dritt, ne? Ist ja mega. Oh! Hab mich auch gemacht. Oh Gott! Die Treppe kam jetzt einer hoch, auch. Nice. Nice! Ah, easy snacks, Alter. Wir haben dann einfach super aufgeteilt. Jeder hat irgendwas gemacht. Ja, ich hab nix gemacht. Aber nee, Peter, du hast zwei Gegner revealed. Achso, er stimmt. Ich hab meinen Profi schießen lassen, das stimmt. Ja, das muss er auch haben im Team. Oh, Christian, ich kann auch eben so ne Kiste aufmachen, oder? Warte mal. Behälter öffnen. Ja. Also jetzt hast du halt anderthalb Minuten Zeit dafür. So ein Kind, das Glück spielt. Oh, scheiße. Du musst aber aufpassen, also da musst du im Schnitt gucken. Du streamst ja gerade nicht, ne? Genau, da wird einmal Adresse und so ein Shit gezeichnet. Ist mir mal im Stream passiert. Landwirtschaftssum leider spielen. Kann ich schon, aber du streamst ja. Jay, wieso läufst du so langsam? Warum denn nicht? Wir sind gerade erst gespawnt, Junge. Ja, wo soll ich denn hinwaschen? Ich war's wieder einfach jetzt noch. Was stresst du? Peter, ich bin im Durchgang. Erstmal ein bisschen chillen. Du bist mega am stressen. Ja, deine Mutter stresst. Da oben ist einer aus dem Büro schon rausgekommen, Leute. Übergrüßt. Oh, der ist schon tot. Nice. Hat einen Lappen. Oh. Da ist oben einer, Christian. Ja, da ist oben einer. Der hat mich auch gesehen. Ich zieh mich mal zurück. Oh, der hat einen Headshot gegeben. Ich zieh mich auch mal zurück. Peter, ich cover your guard hier. Ja, pass auf, der stand da oben. Im Büro ist noch einer. Die laufen zu. Hab ich? Da hab ich mich voll erschrocken. Da hast du angefangen hast zu schießen, Junge. Ja, Entschuldigung. Ich hab den Gegner gesehen. Nee, ist ja auch richtig. Und Bram, wo ist der? Vorhin haben wir noch einen da drin. Oh, links ist noch einer. Hier ist noch einer. Oh, hier ist noch einer. Nice. Nice. Das ist ein safe win. Genau wie bei Peter beim sloten. Oh. Ich hasse Bram so sehr. Wieso hast du mich? Ich hab ne MP abzugeben. Viel Spaß damit. Scheiße, jetzt muss ich einen Timeout nehmen. Bram hat mir letztens bei WhatsApp geschrieben, Wieso hasst du mich? Da hat er nämlich gewartet auf mich, als ich in die Tiefgarage rausgefahren bin. Dann bin ich einfach an dem vorbeigefahren, weil ich den übersehen hab. Und dann ist er mich so hinterhergelaufen und dann hab mich angehalten, um den zu suchen, hab den immer noch nicht gesehen und bin weitergefahren. Als Tag gekommen bin. Großartig. Unten ist einer, Peter. Und du verteidigst hier, Jay. Bis nach demnach hatte ich keinen Glück. Oh. Äh, Achtung Jay. Hier oben wurde gebrandet. Alter. Vom Gegner. Da ist er. Okay, der hat mich gemacht. Peter ist alleine links. Okay Jay, der ist tot. Ja. Christian hat auf den geschossen. Keiner. Cool, 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 cool. Ich geh mal zu der Treppe zu Peter. Wenn du von unten da hoch schießt, siehst du halt meistens nur den Kopf. Deswegen wundert mich, hat er dich so kacke geschossen. Ja. Haben wir rechts einer? Bisher noch nicht. Okay. Einen habt ihr noch, weil wir haben nur noch vier Gegner. Gerade ein bisschen aufs Office. Und jetzt haben wir nur vier Gegner? Also direkt gerage quittet? Hä? 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 Ich warte nicht. What the fuck? Ram, das fand ich schon frech, dass der Jair von den anderen Wurfen hat. Weißt du, der safet? Oder der will einfach Zeit safen für... Der wartet safen für... Der ist lang. Der hat mich gemacht. Nee, der wird dich gehört haben. Der macht's nicht lang. Der macht's nicht lang. Ja guck mal, easy game. Der hat ja auch nix mehr. Nicht viel Skill getroffen. Gibt's hier geile Waffen eigentlich? Oh. Ich hab ne AK. Ich hab... Keine geile Waffe, Peter. Ach komm, die ESG hab ich schon ewig nicht mehr gespielt. So. Was haben die Geiseln eigentlich für ein komisch Kopfding rum? Damit ihr mich nicht gucken könnt. Ja, aber wieso, wieso hat das... Zwei Band... Also... Das sieht irgendwie komisch aus. Hui! Oh, davon nice. Hast du den Preis gekauft? Toll. Das ist ja ein Tod. Ich hör da relativ viele Leute. Die sind aber jetzt hier auch... Die sind... Drei sind im... Im kleinen Büro. Drei sind... Einer links und drei im kleinen Büro. Die sind ja... Hab ne geile HE. Okay. Okay, ihr guckt auf das kleine Büro und ich guck Treppe, ja? Ja. Oh Gott. Leute, unten ist da einer. Unten steht der Fenster. Ne, die können auch durchs Fenster drücken. Unten steht einer. Ja, unten steht einer. Ja, aber die können... Die haben nicht durchs Fenster geschlossen. Alter, was war das denn? Der stand unten. Ich hab auf den Geschoss. Wir haben halt auf den Geschoss. Und der hat oben auch durchs Fenster auf dich geschossen. Ich bin zurück. Ja, Treppe ist jetzt gerade nicht mehr gedeckt. Ne, also ich muss ins Office zurück. Oh Gott. Okay, der kann mich von da aus sehen. So ein Bram wurde gerade doppelkämpftiert. Ähm, kleinen Office sind alle Leute, Peter. Ja. Und von hinten. Ja. Meinst du, von da kommt einer? Keiner auch. Ich hoffe nicht. Schritt nach rechts, Peter. Einfach Headshot. Nach rechts? Ja, Schritt nach rechts. Schade. Nicht bei dem Crosshair Placement. Oh Gott. Oh Gott. Hast du gehört? Ist auf der Rede. Bei mir? Läuft zu dir? Der ist doch unten, oder nicht? Der ist doch unten, oder nicht? Der ist nicht unter mir, du Ficker. Ja, der liegt natürlich hinter dir. Hab ich doch gehört. Ja, hinter dir. Hinter mir, Alter. Der stand direkt vor mir. Und deine Muni. Ja, unter dir war nicht so. Oh, bitte mach den oder stirb. Sonst gibt das richtig Moneten für die. Der ist schon weg, ne? Ja, also. Ja, also. Der Retter schon. Oh, Sepp. Oh, Sepp. Oh, Sepp. Den krieg ich. Ja, den krieg ich. Den krieg ich. Der ist doch weg. Den krieg ich. Ich hab Echo. Ja, ich auch. Ja, Sepp hat 10k. Der Baller hat euch jetzt zu. Okay, dann leg ich mir mal. Baller, AK. Kommen Sie. Be my sugar daddy. Einer musst du? Nee, genau. Ja, ich hab eine. Du musst aber beiden legen. Ja. Peter, ich werd mal hier bleiben. Und den potenziellen Rücken. Wobei, wenn du da stehst. Nee, dann ballern die dir den Rücken. Oh, Bram. Was? Das Problem ist nur, Peter. Von wo? Toilette, beim Laufen. Gib dir mehr von Headshot. Grenade. Okay. Der dreht schon wieder nach Report, Alter. Okay. Die wollen mich. Okay, Steps, Chris. Grenade. Ja, da war auch einer. Die wollen mich immer noch. Einer ist im Office in der Mitte. Also kleine Office. Ja. Pieper. 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 Pieper down. Ha! Was ist oben drin? Der ist von rechts oben durchgekommen. Ha! 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 Holy shit, Alter. Wie schnell die wird drin. Wo ist der durchgekommen? Fuck. Wahrscheinlich durch die kleine Tür da, ne? Wahrscheinlich hat er in den Rücken geschossen. Ist schon weg, ne? Ja, er glaubt schon. Ähm. Die da oben im Rücken ist. Nein! Also ich dachte legit, da kann ja noch gar keiner oben sein. Habe ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Er hat uns beide einfach weggeschossen, weil wir in eine ganz andere Richtung geguckt haben. Jetzt nochmal Echo. Echo. Okay, welche Tür ist ungedeckt? Dann geh ich da nämlich hin. Ja, ich wollte grad sagen. Welche Tür? Oder war von uns schon jemand tot? Bram war doch tot an der Treppe. Und ich war direkt nur anfangs gestorben. Die kleine Tür! Ihr habt einfach... Was ist denn die kleine Tür? Was ist denn die kleine Tür? Ich blockiere sie. Der ist hier von hinten gekommen. Ja! Hier! Ah, dann ist der oben durchs Office gegangen. Also oben durch das kleine Büro. Ah, da kann... Da ist ungedeckt. Okay. Ja, dann kann er halt durchgucken logischerweise. Und dann auch wegschießen. Nee, der stand neben uns. Nee, der stand hier hinten drin. Der stand hier. Von hier aus hat er uns getötet. Ja, eben. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Nun kam wieder mit Adigle. Zweiter Headshot. Jetzt ist aber zu spiel, Alter. Jetzt muss ich da mal jemanden angucken. Er hat mir ne HE vor die Füße geworfen. Ah, jetzt kam er natürlich die Treppe runter. Ja, easy 16-0. Jetzt aber schnell, Sebastian. Das stimmt einfach. Ja gut, ich wollte das auch machen. Also das hat uns weniger Geld gekostet, als wenn du wieder hinterher gerannt wärst. Jaja. Ich kann eine legen. Aber Jay kann ihr kaufen, ne? Wo kommen die denn immer durch? Lass mal da ein bisschen staggen. Ja, gerade hatten wir halt Echo. Wir haben irgendwo in der Echo gewissen. Aber... Einer kam von unten und einer kam von hier. Haben wir jetzt anders hingestellt. Okay, Bram, ich versuch mal Toiletten mitzuhalten. Der gibt ja immer einen Heller. Einer hier. Nein, das hat auch vorhin keiner gemacht. Die kamen von hier. So, diesmal du Arschficker. Einer ist oben, Peter. Und einer unten. Den unten habe ich gehittet. Ich bin tot. Äh, aus dem Büro bin ich gemacht worden. Ich guck dann hier, Bürofüter, du bist gerade alleine. Oh, die haben, äh, Treppe gepusht, Treppe gepusht. Das ist zu schön. Nice. Nicht nochmal. Guck mal. Bisschen chaotisch, aber haben wir gerissen. Drei Leute noch am Leben. Easy. Wir müssen bedenken, dass wir nicht zu viel verlieren sollten. Ich kann hier kaufen. Gerade hier auf der Map. Ja, die pushen es auch. Das sind schon drei sehr böse gewesen. Oh. Oh. Okay, schmeiß da keine Granaten. Ne, der guckt auch von der Mitte raus und schießt direkt auf die, auf die Treppe. Das ist dumm. Oh, die Arbe ist gar nicht in der Arbe. Treppe, 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 durch. Oh, doch nicht. Oh, schöner Move. Oh, schön gemacht, ja. Als ob er da jetzt hinschießt, die Penisnase. Wo ist der? Lange ist der denn? Das ist der letzte. Ach, das ist der rechte? Unten rechts. Der ist an der Treppe, rechts. Ja, lang, an der Toilette. Ne, der ist oben. Der ist über J. Der ist jetzt oben. Nice. Das ist schön. Peter, wenn du, ähm. Du hast hier hingeflogen. Wenn niemand direkt von der Treppe erschossen werden kann, kannst du dich glaube ich sogar noch weiter hinten hinsetzen und warten bis die oben sind, weißt du? Kannst du mir legen, Christian? Ja, kann ich machen. Kann ich sonst auch legen. Wo bist du denn, Peter? Hinter dir. Ja, Christian hat schon. Ja, alles gut. Ich hab dich nur aufgesucht. Ich hab dich nur aufgesucht. Also ich werd da jetzt nicht mehr gucken. Ich werd immer nur schnell eine Flammen und dann verpicken. Siehst du? Nice bumm. Die hab ich nicht gesehen. Was war das denn? Ja, ne Ganate. Von wo? Von unten. Wohl. Ach scheiße, rechts hat mich gemacht. Okay, ich geh jetzt da rechts weg. Ich bin tot. Alter. Jetzt haben wir ein Problem. Ist uns echt nicht schlecht. Jeder bleibt da. Da ist einer durchgekommen zu dir Richtung dir, Christian. Nice. Noch einer. Keine Ahnung wo der ist. Ich auch nicht leider. Guck grad Treppe. Scheiße von hier aus kann ich nicht durchgucken. War kurz ungedeckt bei mir der Eingang. Treppe hab ich keinen gesehen. Hier werden Steps hier irgendwo. Ja. Nice. Wir spielen ja immer noch nur gegen 4. Wir müssen uns schon echt anstrengen. Wir sind halt stark. Vor allem mental sind die stärker als wir. Umso belastender für das andere Team, dass halt einer einfach weg ist. Ja, das stimmt. Die hätten echt ne Chance gegen uns. Oh Gott. Der Orange der macht. Wobei der könnte aber auch ein Lappen sein. Weißt du. Wir haben durch die jetzt ne Chance erst. Peter ich werd mal so umgehen. Okay. Let's set this place on fire. Ja ja. Nice Bram. Boah. Wildscheiße geschossen. 89. Peter ist an den Sollen. Ach Scheiße. Alter, der kam schon wieder nach. Oh mein Gott. Nice. Wann hat der auf der Treppe? Ja. Einer schon vor. Einer links. Ja, einer da. Ach guck mal. Ach guck mal. Unten ist einer. Unten links unter dir, Sepp. Unter mir? Auf unserer Seite schon. Ja. Unten. Also zwei Leute sind gerade links. Genau. Treppe rechts guckt halt keiner. Kurzzeitig. Da oben ist die Tür wieder bei dir frei, Jay. Aber da ist der wahrscheinlich nicht. Ja, aber der ist doch gerade unten hier gewesen. Okay. Okay, wir haben noch drei. Weit. Jetzt wird doch gecallt, oder ist es? Ja, kann sein. Ich war gerade am Springen. Ach so, der nächste ist raus. Nein. Umso besser. Nein, ich will auch vernünftig. Gegen vier ist auch schon nicht vernünftig. Ja, aber es ist besser als gegen drei. Drei fühlt sich echt räulig an. Ist ein Ubrack-Match, oder? Ja, glaube ich auch. Ja, ich glaube auch. Was die eben verloren haben, glaube ich nicht. Aber wieso brechen die denn ab, ey? Das ist doch... So hart werden die jetzt auch wieder nicht rasiert. Vor allen Dingen, weißt du doch bei uns, Comeback ist doch... Ja, das kann sein. Okay, ich wollte rushen. Die AWP hat gesagt, nein. Da meine ich, Peter, weißt du, wenn du dich jetzt weiter links hinstellst, sodass du weiter siehst... Wieso pushen wir denn jetzt alle? Ich push nicht alle. Es sind halt nur drei Leute. Meinst du hier so? Warte... Warte, ist das... Äh... Bam kommt da. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, wo der letzte ist. Weißt du, der kann halt nicht weiter hoch, solange der keinem in den Rücken schießen kann in dem Moment. Ja, das stimmt. Weil er hat ja jetzt auch super viel, was er abdecken muss, wenn er da hochkommt. Mhm. Puh, Alter. Ich glaube, der kommt zu dir. Da ist er. Ach, schade. Hat er gewonnen. Hat er gewonnen. Hat er mich nie gewonnen. Wird's der nächste da hinten. Okay, oder so. Ja, guck mal, ich hab dich mal angeschossen und deswegen hast du den genossen. Ja, danke, Braben. Danke, Braben. Easy Klatsch war das. 99 HP oder so hab ich den bestimmt gemacht. Können die jetzt eigentlich abstimmen aufzugeben? Ja. Kannst du immer. Hier, können wir auch. Da. Abstimmen, aufgeben. Okay. Achso. Du kannst nicht, du kannst nicht die Abstimmung klappen, bevor ein Teamkamera hat das Spiel kurz unter sich. Das heißt, einer muss rausgehen, damit das geht? Ja, macht halt Sinn, sonst, das wäre ja... Oh. Peter, rechts kommen welche. Einer ist hoch. Ich bin noch am Nades werfen. Ja, der ist oben. Der zweite kommt hoch. Der ist oben drin. Boah, lol. 1-8-7-3. Ach komm, der andere ist auch gekommen. Okay, 2-1-1-J. Wurde gebankt. Scheiße. Okay, also spielen wir mal wieder ernst jetzt, ja? Guck mal, der eine kriegt eine Strafzeit von sieben Tagen. Ja. Vielleicht ein zweites Mal. Peter, kannst du mir mal eine legen? Na klar, ne. Weil er ein Hurensohn ist. Ein Hurensohn. Vielleicht hat er einfach... Ah ne, der ist ab. Ja, ne Peter, dann geh ich halt nicht mehr da runter. Da kriegt er wohl sieben Tage. Da bin ich ja nicht mal gerusht. Da bin ich ja nicht mal gerusht. Rechts zwei Stück. Scheiße, rechts zwei Stück? Ja, dann bleibt man defensiv. Dann laden nach. Ja, ich bin nur so, dass ich da Sachen runterwerfen kann. Treppe, große Treppe 2. Oh, die werfen zurück. Das sind die letzten beiden, ne? Also hier haben wir nur drei. Ja. Ja, ich hör die da nachladen. Ja. Wir warten kurz auf Jay, bis der von hinten kommt, töten den und kommen dann vor. Scheiß, komm ich schon. Glaub ich auch. Ah! Ja, komm, ich bin da hinten gestanden. Hallo. Der war unter euch. Den hab ich oben erschossen. Ja, richtig. Nee, den Jay. Ja, aber der war auch hier oben. Der hat mich hier gerade eine geile Smoke reingeworfen. Er ist an der Treppe da gesteppt. Ich hätte jetzt die Chance. Ey, Peter. Boah, sag doch was, ey. Boah, Peter. Ich bin so stolz auf dich. Ja. Spürst du die Macht? Spürst du sie? Alter, Jay ist Palpatine, ey. Ja, aber ich möcht mal ganz kurz sagen, den Taser hab ich dem Gegner abgenommen. Lass deinen Pass frei raus. Peter, dann ist hier sogar noch besser. Das zählt halt nicht. Ja. Kann man das eigentlich so machen? Das ist eine Awe ganz rechts. Ey, früher da ist eine Awe ganz rechts. Hier kommt einer die Treppe hoch, Peter. Macht aber auch Scheiße. Autsch. Seh'n noch nicht. Ja, ich bumm's die alle weg. Ja, kein Problem. Ist ja wahrscheinlich hier, um sie jetzt von hinten zu machen. Vielleicht waren das auch Cheater bei denen in der Lobby. Die hat im Zwischengang gewartet. Er tasert zurück. Alle drei. Ace. Wow. Ja, stimmt. Das ist ein Ace, Alter. Das Schlimm ist... Letzte Runde. Ja, das ist gut. Ich wollte dir die M4 noch ausprobieren. Ja, stimmt. Ja, die würde ich auch gerne ausprobieren. Das ist eine Schrotflinte. Ja, da ein Negev. Komm. Allil. Let's go. Let's go. Ich hab sofort ne Aave. Ja, meinst du auch? Ja. Wenn der jetzt rechts lang... Nee, von der aus triffst du den nicht. Doch, klar. Der kommt immer hier gucken und will mich hier abknallen. Weil der weiß noch so viel Sitze. Kann einfach kein Diegel. 72... Mit der Diegel zwei Treffer und 72 Schaden. Super. Alter, wir kacken aber auch gerade richtig rein. Was hast du gesagt? Ein Bongo. Hab ich. Ja, ja. Nee, ist okay. Das hat gar kein Problem. Ja, hat er ja. Wie sollen wir denn das jetzt decken, Peter? Ja, wir sind ja auch nicht. Von hinten am besten. Du bist doch der Tier im Arzt. Genau, du bist der Tier im Arzt. Dann geht es doch ums Decken. Da ist er. Der ist bei mir. Aber es sind ja zwei noch. Oder Jay, ne? Überlass den einfach die Geisel. Ja, es ist nur noch einer. Aber wir haben gerade im Kreislauf. Ja. Nee. Da kniet einer. Mach den weg. Oh Gott. Nee, der ist hier durchgelaufen und hat jetzt Peter weggeschossen. Hm. Wie frech jetzt von Jay. Oh, ja, boy. No-Scope. No-Scope. Cheater. Dem würde ich ja reporten. Ich lass mich hier nichts von euch fertig an. Das sind halt drei Cheater. Ne? Das haben sich die anderen gelieft, damit die nicht, äh, drin sind. Bei denen, glaube ich. Ja. Das macht alles Sinn. Okay. Macht alles Sinn. Ich glaube nicht. Absolut. Jetzt schneller sechs Runden. Snacky Snack und dann ab dafür, oder was? Ja, hätte ich gedacht. Zeig doch mal jetzt die M4. Wir sind jetzt ja auf CT-Seite. Christian. Jetzt kauft doch mal. Achso. Hahaha. Ich sollte über den Joke lachen, ne? Hab ich vergessen. Die kommen vorgerushed, oder? Oder soll ich ja? Hä? Wahrscheinlich. Wir kommen vorgerushed. Oh, da oben ist einer. Mit da oben meine ich da. Ja, da sind zwei. Wir pushen mal da jetzt weg. Wenn da zwei sind, ist die andere Geisel doch frei, oder? Hä, links hat da einer. Ne, da war links einer. Ne, da war links einer. Ja, da war links einer. Ja, da war links einer. Ja, da war links einer. Also muss ich ja so genau aufpassen. Als wenn er da um die Ecke kommt. Was? Lächerlich, was die teilweise drücken. Guckt ihr den an, Alter. Drei Runden im 3 gegen 5 verloren. Wir haben Echo. Ja, aber wir spielen ja auch nicht richtig. Sollen wir richtig spielen, ne? Ja, wir verlieren gleich noch gegen drei Lappen. Ich spiele schon richtig. Ich versuche auch nicht zusammenzureißen. Let's go. Achso, ich soll jetzt ne Pistol kaufen, ne? Habe ich mir ja mal P250 gegönnt. Ist gut. Ich hab USPS der Re-Moment, Alter. Ich hab 2000, wenn ich mir ne Pistol kaufe, hab ich nicht rumgedeckt gar nichts. Ja, genau. Ja, aber das wurde mir gesagt, ich soll Pistol kaufen. Die ist ja auch gut. Lol, hinter mir steht schon einer. Ich wollt grad sagen, der steht da in der Ecke. Wer an der Treppe? Achso, nicht alles. Wait, der war nicht an der Treppe. Natürlich war einer an der Treppe bei mir. Ja, ja. An der anderen Treppe, Christian. Ja. Achso. Ich war ansatzweise bei dir in der Gegend. Jetzt möchte ich aber den M4 sehen. Ja, Christian. Äh, ja. Oh, lol. Oh, ist die schick. Oh, ich bin noch zu weit weg, ich kann nicht sehen. Oh, ist die schick. Flex mal mit der Waffe. Die ist ja mega. Oh. Krass. Oh. Wie er uns das gar nicht richtig gucken lässt. Nur so einen ganz kurzen Blick hat er uns erhaschen lassen. Er hat ja auch das Geld davor ausgeben, ist er auch seine. Ja, ich verstehe auch, dass das sein ist. Ich wollt die halt nicht haben. Aber in Condition. Keine Ahnung. Ja, genau. 78 habe ich dem gegeben. Wo war er hinten durch? War der oben oder unten? Unten lang war der. Aber das kann wieder woanders sein. Links oder rechts? Äh, direkt unten davor. Geradeaus. An der Klappe ist einer. An der Klappe ist einer. Nö. Genau, der. Boah, Alter, der hat ja auch nochmal 96. 96 hat er mir gewonnen. Oh, da ist einer dran. Ja, ja, ja. Okay. Also, drüber gegangen. Links an der Treppe. Ja, gerade gesehen. Oder? Oder war der hier hingeschmissen? Nee, der hat die hier rausgeschmissen, wo Bram ist. Da kann er raus. Ja, warte, ich schmeiß dann da. Kann ich doch zurückschießen, Bram. Also, ich hab jetzt, ich hab's vier an der Ocke gemacht. Ist ja okay, wenn du schiehst. Ich hab hier zweimal gar nicht gesehen beim, äh, hin- und herlaufen, weil das Spiel so dunkel ist. Da ist jetzt einfach die Oberflash drin. Ja, der war nice. Äh, Lappen. Lappen, ja genau. Ja. Mann sind die Kacke, ey. Wir halten uns hier zu dritt hin. Also, ich hab auch so wenig Geld, ich, äh, nehm die Farbe aus. Ich kann ja was legen, Christian. Aber nicht so ne coole Waffe. Aber jetzt können wir ja gar nicht mehr deine geile M4 uns angucken. Kannst du die eh nicht angucken? Ach so. Peter, soll ich dich boosten? Oder mich boosten? Ja, ich booste dich mal. Oh! Wo ist's? Was? Oh mein Gott, der steht da oben auf dem Geländer. Ja, Leute, also der vierte und drei gegen vier. Also, ich hab gesagt, da steht ne AWP, ne? Also, ist okay. Auf der Treppe steht ne AWP da. Ja, hab ich, äh, hab ich gesagt. Ja, ja. Aber unterschiedliche Treppen, oder? Ja, eins gegen drei. Links auf der Treppe, ne? Da ist ne AWP. Ja, weiß ich. Die mach ich. Die meinte ich auch. Okay, die mach ich nicht. Drei gegen fünf? Verlierenden drei gegen fünf, Alter. Ich lach mich kaputt. Okay. Ich glaub, die Kommentare unter dem Video werden auch echt, äh... Ja, wir müssen ja nur ernst spielen, dann geht das ja. Ich spiel schon nicht so ganz ernst. Ich spiel schon die ganze Zeit ernst. Ich spiel eigentlich auch ernst. Weil ich hab gemerkt, die anderen sind besser als wir. Ja, ja. Dann sind die auf jeden Fall. Push mal rechts durch. Okay. Na komm, wir probieren. Aber habt ihr da nicht voll aufs Maul bekommen, rechts? Das ist so geil. Zwei Leute. Okay, oben. Ja, die wussten, dass wir kommen. Haben die, glaub ich, gehört. Oder? Die haben uns erwartet. Autsch. Langsam werden wir, glaub ich, nervös. Langsam. Ich kann jetzt wieder Polon kaufen. Ich kann jetzt wieder Polon kaufen. Verlieren. Alles okay. Ja, das wär schon kacke gegen drei Leute, wie das ist. Das soll ich auch ganz sagen, Alter. Da kann ich auch, da muss ich auch nicht ranked spielen, dann spiel ich hier casual. Also, wir eh schon. Ich bin jetzt auch der Meinung, dass wir das mal holen sollten. Ne, also deswegen, ich geh ja nicht davon aus, dass wir, wenn die richtig gut sind und zu fünf, dass wir dann, können wir halt auch verlieren, weil wir spielen halt das Spiel nicht so häufig. Völlig in Ordnung. Aber ich spiel ja gegen drei Leute. Ja, ich find das auch übelst peinlich. Lass uns ja auch gewinnen, aber es gibt trotzdem Schlimmeres. Sollen wir das nochmal probieren? Ja, aber lass mal anstrengen, Bram. Bram, bleib mal stehen. Da ist einer im kleinen Büro. Okay. Den hab ich aber auch gegeben. Den hab ich getötet, links nur einer. Oh mein Gott, wieso hab ich keinen Assist gekriegt dafür. Dann hast du den anderen getroffen, oder du hast den gar nicht getroffen. Ich hab aber Blut gesehen. Nein, noch einer da, die Arbe ist auch da. Ja, aber bei der Treppe müsste dann ja relativ clear sein. Pass auf, Bram. Da ist halt einer und jetzt hab ich ne Brandgranate vor mir. Leute, hört auf, Granaten zu mir zu schmeißen! Hä, die HE hat dich getroffen? Ich war direkt vor mir. Dave, bist du drin? Ja. Tot. Alter. Wie ist das möglich? Einer ist in den kleinen Geißenraum und der hat einen langen Gang. Alter, der schießt aber auch insane. Wollt ihr? Ich verarsch. Wollt ihr? Ich verarsch. Wieder halt nicht schlecht. Eko. Eko. Ach komm. Äh. Also. Puh ey. Wie der uns da grade weg gemacht hat, war schon krass. Wollt ihr wieder rechts rum? Wollt ihr wieder rechts rum? Glaub nicht, dass die kommen. Ah. Das ist nur so ein Guess. Weiß ich nicht. Hat der mit ne Flash dabei? Ne. Auf dem, auf dem Geländer wieder. Rechts. Gibt ja nicht Sinn quasi durch den großen Gang lang zu gehen. Da ist einer. Pistol. Weil dann ist nicht so eng da. Komm Christel, ich komm mal bei dir mit rum. Ja, aber. Okay. Okay, what the fuck, alter. Okay, das war strange, aber war gut schossen. Also im Sprung Headshot ist schon ordentlich. Einer Treppe. Ah, jetzt hat die. Der Rand ist aber auf dem Scheng weißt hier. Treppe wieder. Ja, immer noch. Scheiße. Orange links von dir. Der im Echo. Ach komm. Dacht der andere ist wieder beim Geiselding. Das hat er bei mir auch gemacht. Im Sprung Headshot gegeben. Ja, alles klar. Jetzt reicht es mir. Ja, orange ist. Da muss man... Können wir jetzt die mal machen? Na gut, wenn die halt deutlich besser sind. Da kann man halt auch zu dritt. Ja, jetzt nicht stressen, aber. Also gegen drei Trilluxe oder was auch immer, kannst du halt auch verlieren. Also so ist das jetzt nicht. Ja, aber trotzdem. Also im Sprung mit ne AK Headshot geben, find schon ich suspishless, muss ich sagen. Ja, ihr habt die auch alle reported. Ja, das ist Quatsch. Und sah zweimal hintereinander. Aus Spaß. Kann ja auch sein, dass das Hacker einfach schon sind. Hab ich doch vorhin gesagt. Vielleicht ist es halt deswegen der Rest gegeben. Keine Ahnung. Aber dann... Zwei sind Treppe rechts. Stark. Da steht halt wieder im Hoppeingang. 90 hat der eine bekommen. Ja, Sepp, hier ist es halt eng für zwei Leute, ne? So. Da ist er. Und recht. Da stehen zwei Leute drin. Ich hab einen. In dem Mini-Büro stehen zwei Leute drin. Ja, und im Haupteingang, Sepp. Und wir können da zwei Leute drinstehen und im Haupteingang. Ne, das ergibt keinen Sinn. Genau da haben zwei in meine Richtung geschossen. Aber da ist schon wieder lange her. Ja, nur zwei Leute. Wir können zwei Leute im Büro... Ja, einen habt ihr da weggeschossen und einer ist im Haupteingang. So, und der war im Haupteingang. Ja, beziehungsweise der ist jetzt schon rumgeraten. Links von dir war der Bram. Als wenn er sich geduckt hat. Perfektes Timing. Das kann doch nicht sein. Aber das war gut, Peter. Du hast irgendwo Stress gemacht und dann konnte ich den anderen wegmachen. Das sind gute Trades. Wir können traden. Aber er ist halt so eng da. Ich würde mich lieber, glaube ich, außen hinstellen. Aber da habe ich Angst vor Orb oder sowas. Aber wenn wir gleichzeitig außen pieken, dann kann der nicht beide gleich... Ich werde Flash hier machen. Habt eine Aave down. Na, jetzt. Nice. Der steht im Haupteingang in dieser kleinen Türmeister. Und einer steht noch Treppe. Aber nicht diese. Okay, ich habe noch ein AP. Komm, wir weiter. Komm mal zu. Komplett geflasht. Bei mir einer. Bei mir einer in dem Büro. Scheiße. Bei euch ist einer drin. Ich werfe eine HE rein. Warte, HE ist drin. Da ist eine AWP drin, Peter. Ja, aber der war durch die HE total verwirrt. Und bei der Geisel, die vorne ist auch noch ein Gegner. Das ist die Frage, dass ich gerade verstehe. Guck mal jetzt hier die Geisel. Oh, ich habe das Kit nicht. Ich deck deinen Rücken, Peter. Meiner ist weggesmoked. Komm, über die große Treppe wieder zurück. Ja, mache ich. Lauf, lauf, lauf. Ich gucke die Tür. Er kommt bestimmt auf die andere Seite. Ja, denke ich auch. Ja, ich glaube, der ist auf der anderen Seite. Der ist oben. Oben. Ne, ich bin oben. Achso, du bist oben. Sorry. Entschuldigung. Da ist er. Alter. Nice. So. Ich kann mir jetzt aber ganz kurz die Frage stellen, warum Sepp ein Assist für mich gekriegt hat. Was? Wegen der Flash. Achso, die Flash. Wegen der Flash, okay. Ich habe Echo. Ich kann den legen, Sepp kann den legen. Guck mal, Jay ist hier. Was willst du? Mir egal. Guck mal, Chris, für Ava hast du gerade gut geliefert. Ja. Dann gehe ich mal lang. Du musst das ja hier auch wertschätzen. Ich habe keine Flash für lang, leider. Hat einer von euch eine? It's safe. Da steht eine Ava. Die schützt uns. Okay. Hier links steht einer. Was heißt denn hier links? Achso, da. Hier, die Tür, linke Seite. Da werbe ich eine Nate rein. Boah, Alter. Das war ich nicht. Gar nicht. Hä? Ich werfe eine HE rein, Jungs. Das war aus dem Büro. War da aus dem größeren Büro. Da, der habe ich gesmoked. Das rechte Büro habe ich gesmoked. Und? Oh, unten. Oh, unten ist aber mies jetzt. Damit hast du nicht gerechnet, wa? Ich habe dich gedacht. Geiler Saft. Einer ist oben im Büro. Ja, und einer ist im Zwischenraum gewesen. Aber kann sein, dass sie wieder heute bleibt. War multigeisel. Hätte so ein Ding mitnehmen wollen. Versuch, dir Deckung zu geben. Keine Rolle, oder? Bei mir ist Seth. Scheiße, kam der doch noch von da hinten. Wo? Ja, hinten durch. Das Büro hinten durch einfach. Aber nicht gedeckt. Also, Jay, jetzt da links, du hinten durch. Du hast den Ziel. Oh! Rechts. Okay. Oh, ich dachte, der wäre tot. Der andere war jetzt da links, glaube ich, oder? Links, links. Ich komme auf einen Neugeisel. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Jetzt soll ich umlaufen. Alter, den habe ich nie erwartet. Wahnsinn. Dass der pusht. Belastend. Da muss ich was legen. Ja, da haben wir. Vielleicht nehmen wir noch mit, wa? Ja. Dammit. So. Die erste hier, da ist der Ziggler. Oh, da kommt was. Aua. Alter. Oh, der ist vorne, Jay. Und du hast keine Flash, oder? Ja. Willst du mal eine werfen? Kann ich machen. Mal gucken wir beide. Okay, ich sehe nichts. Hinter das Office. Ja. Easy. Treppe. Oder so. Treppe, Treppe. Ja. Ja. Wenn wir beide gleichzeitig aus unterschiedlichen Höhen pieken, können die nichts machen. Also, dann sind sie am Sack. Ja. Sehr gut. Christian, kannst du mir eine Empfehlung liegen? Ich kann dir auch eine Empfehlung liegen. Haha, alles, was ich mir mal angucken kann. Oh Mann, ey. Unten da, da unten in der Ecke sitzt der. Okay, wir gehen zu zweit. Oh nein, wir gehen nicht. Okay, rechts oben steht auch einer. Ja. Mann, ist... Oh mein Gott. Ist das einer, Jay? Alter, wie schnell der dich weggemacht hat, ist halt insane. Die HE hat sich nicht gelohnt. Man darf sich nicht zurückziehen, Peter. Einer von uns beim Misch sterben. Rechts vorne liegt bei sich. Nein, im vier. Ich weiß. Über mir ist eine AWP im Büro, Jay. Mhm. Okay, pass auf. Ich gehe hier unten vor. Kann der hinkucken? Also nicht. Nee, glaube ich nicht. Okay, pass auf. Das smoke ich zu. Wobei, ich weiß nicht, wie die ausgeladen ist. Aber die ist zu weit. Scheiße. Die ist bei der Geisel quasi. Die ist bis zur Trimpe geflogen. Oh mein Gott. Wo steht er? Der oben in dem... Keine Ahnung, in der mittleren Tür. Wie auch immer. Aber rechte Tür, wie auch nicht. Alter. Das war die mittlere Tür, die... Jay kann... Ja, aber guck mal, wie der da geguckt hat. Genau da. Der andere ist in der anderen Tür daneben. Ja, genau. Der andere stand genau in der anderen Tür. Das kann nicht wahr sein. Tür fällt. Das kann nicht wahr sein. Uh, 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 uh. Alter, der Orange ist insane, Alter. Ja. Ich finde es aber blau ist auch ganz gut. Ja, gegen den verliere ich halt nicht so häufig irgendwie. Wobei ich den nicht so sehe wahrscheinlich. Der, der Orange, weil... Egal. Der Orange ist der und der Blau ist der Grün. Bei dem einen bin ich halt im Überlegen, weil das sind halt wieder die Leute, die halt nur so ein Spiel auf dem Account haben. Entweder ist der halt im Flurfen oder im Schiefen der andere hat halt 1600 Stunden auf dem Account. Flashe. Oh, heiß. Ich hab einen down, rechte Treppe. Mein, der ist geil. Noch einer rechte Treppe. Ja, AWP steht auf der rechten Treppe. Er weiß, wo ich bin. Und links Haupteingang. Linke Treppe? Hab ich. Okay, AWP noch im Mord. AWP ist weggesmoked. Als wenn der jetzt vorher hier noch perfekt das Feuer hingeschmissen hat, damit der uns delayed, Alter. Und drin? Wird das? Ja. Ah, der ist klappert. Da ist der. Nice. Schnell noch hier. Hat eine Aabe mitgenommen für einen. Verstand. Wer will? Ich. Ich kann dir aber nichts dafür geben, weil ich hab... Ich kann dir M4 geben. Nein, nö, deine will ich nicht. Wow. Das ist gut. Nach 15 Minuten geht der Plan nicht mehr auf. Die ist übrigens Einsatz-App-Probt. Ah, das ist aber okay. Ich weiß gar nicht mehr, was da auf Englisch war. Lass mal kurz warten hier, Bram, bevor du wieder die HE frisst. Jetzt kommt natürlich keine, ne? Der hat einen Wallhack an. Natürlich kommt diesmal keine. Pass auf. Ich springe da jetzt durch. In der Sekunde kommt die Granate. Okay, diesmal nicht auf dem Geländer mehr. Warte, ich flashe. Und dann gucken wir beide nochmal. Der sitzt unten. Alter, Bram, wir sollten gleichzeitig gucken, Alter. Ja, aber ich war doch alles okay. Ich hab gesagt, ich flashe und dann gucken wir. Ja, und wo warst du? Oh, der ist in Smoke. Chris, der ist in Smoke bei mir. Hinter dir. Okay, nice. Okay, sehr gut. Bei mir mittleres Büro, wieder einer. Unten links hat er ein Treppelbüro noch stehen. Ja, da ist er. Die P90 und den mittleren Büro ist er. Dann nerve ich den nochmal ein bisschen mit Feuer. Danke. Das Problem ist, ich muss hier unten weg. Kann ich wenigstens weg, danke. Ich geh zu, keine Ahnung. Das bleib ich auch da oben. Nice. Ich mock das jetzt hier weg und dann gehen wir nach vorne. Wieder hier links ist einer. Ja, da ist direkt einer. Natürlich. Und hier ist noch eine P90. Okay, ich werfe eine HE rein. Und dann gehe ich rein. Nice. Ich gucke hinter euch. Der ist direkt aus dem Elke. 26 in 1. Der ist weiter rechts zur anderen Tür. Das wäre, wenn das den jetzt so gekillt hätte, das küsst du ja. Der hätte sein können, aber... Ich kann halt nicht viel gegen den machen, wenn der jetzt kommt. Und Zip halt oft ist auch nur noch low. Rennen. Nichts rennen, der schießt mir da in den Rücken. So, ich fände dich. Jetzt kann ich rennen. Ja, okay. Das ist nur eine Seite. Das ist wahrscheinlich jetzt eh schon woanders wieder, oder? Okay. Ha, 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 ha. Der eine ist auch... Easy Snack. Oh, nee. Das ist ja 5 gegen 3 knapp gewonnen, ey. Leg mich auf Arsch. Ah, easy game. Die waren aber halt wirklich gut. Oder Cheater. Digga, einer war am Smurfen. Ja. Da machst du dann halt auch nix gegen Verwaltung. Ich finde, wir waren richtig stark. Näh. Da hast du jetzt ja gar nichts gewissen. Richtig geiles Ding, Jungs. Nicht mal ansatzweise. Nicht mal ein Up-Rank richtig gut. Ja. Dream's in Nightmare-Case. Meinst du, ich hab zweimal Glück? Cool, er war auch 4 Sterne. Ja, ich denke mal, wenn nicht du, wer dann? Ja, dann waren wir wieder CSGO. Wenn's euch gefallen hat, wie wir richtig kindergartnmäßig gespielt haben, dann lasst uns wissen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Äh.